Ich sag mal, Hugo Ego Wälder ist wieder hier und Panagiotta, äh, Petri Du, ist auch da. Panagiotta, ist berlinerisch Panna Cotta. Panagiotta, wie ist er? Panagiotta, Petri Du, kommt von Petri Heil. Petri Dank, Petri da. Natürlich war er da. Ist dein Name? Ja, falsch. Warum? Fest. Petri Du? Ja. Panagiotta. Ja, super. Habe ich euch gesagt? Ja, du hast ganz klar. Da hast du dir gerade falsch gesagt. Meine Damen und Herren, es gibt hier Diskussionspotenzial in meiner Sendung. Weil wir kommen, wir machen, warten. Das klären wir gleich. Und die Ehrlich Brothers sind hier. Und die werden uns nachher eine, für mich, in meinen Augen, größte, geilste Illusion zeigen, die jemand in meinem Leben gesehen hat. Das muss ich sagen. Ich muss dazu sagen. Ja, bist du noch nicht geheilt, ne? Ich bin noch geheilt, genau. Die nehmen wir mit keinem Ding ab und dann können wir laufen. Es geht um das deutschen Liebstes Kind. Was braucht man dafür natürlich besonders? Wir haben eben Parfümer jetzt zusammengesucht von jedem Alp, außer Portemonnaie, ohne dass ihr es gemerkt habt. Das ist die Gage, die Tagesgage von meinen... Ach ja, aber jetzt müsst ihr auch passen. Ja, macht man einmal so und dann hast du nämlich... Für jeden im Prinzip hier ein, ein, ein für dich hier, ein für dich... Ja, doch, guck mal. Ich bin Grieche, ich kriege immer alles. Nehmt doch alles. Ja, die Griechen brauchen noch ein bisschen jetzt. Wie jetzt hier? Alter, was war das denn? Das alles sehen Sie gleich und noch viel, viel mehr und eine ganz große, neuartige Illusion. Also, schauen Sie, wir kommen bei Maribas. Ja, guck mal, ich habe auch nichts mehr hier. Du hast doch nur so gemacht. Das ist verschwunden. Das ist der Griechenland. Und, Geld und was alles ist. Ja, verschwindet plötzlich. Das ist der Griechenland. Also, reitend schauen. Das ist der Griechenland. Untertitelung des ZDF, 2020